Das ist ganz okay schon, oder? Wie nennt man die Dinger? Freeline Skates. Freeline Skates, aha. Ein bisschen wackelig. Gesicht auch drauf oder eher nicht? Mir doch egal, das tut einem was. Ich hab Bier getrunken, ich bin unzureich aufzählen. Gut. Passt? Ja, ja, passt. Danke dir. Wie? Lebt er noch? Bitte? Lebt Tim Gabel noch? Tim Gabel, weißt du ja, was passiert und so. Aber lebt er noch? Der lebt noch, Bruder. Ich will ja auch nicht, dass der stirbt. Ich filme dich schon nicht. Nur deine Füße sind drauf. Das ist nicht schlimm, du kannst dich auch filmen. Aber jetzt mal deine Meinung. Wir haben uns ja jetzt zufällig getroffen. Was ist denn passiert letzte Woche da hier mit? Ich hab da jetzt also viel, ehrlich gesagt, nicht mitbekommen, aber irgendwas mit GA, dann war da was mit Karl und hin und her. Ja, ja. Dann hab ich gesehen, hier wie ist dann auch Onkel Bob. Richtig. Auch auf der Jagd nach ihm. Richtig. Ja, ja, ja. Ja, ich hab dich schon okay. Akkode... Akkode... Akkode Persien Killer, Akkode Persien Killer, ja genau. Hallo. Hast du gerade aufgenommen oder? Bitte? Sag mal. Hast du gerade aufgenommen? Äh, meinst du ihn jetzt? Also insgesamt. Ja, ja. Ich bin jetzt aufgenommen. Vielen Dank.